Sollen wir vielleicht mal Hängematten bauen? Die brauchst du hauptsächlich dann, wenn du respawnst und auf einem höheren Schwierigkeitsgrad respawnst. Wenn du respawnen musst. Das wollen wir nicht, oder? Noch nicht. Beim nächsten Durchlauf. Ist die Materialienkiste jetzt schon irgendwie verschwunden? Welche Materialienkiste? Wir haben viele Materialienkisten. Na, für die Schmelze. Nein, die ist hier. Da steht doch da. Die war aber eben auf der anderen Seite. Ja, ich habe sie jetzt da hingestellt. Vielleicht stelle ich sie auch gleich wieder rüber, ich weiß es noch nicht. Natürlich, jetzt fahren wir in die falsche Richtung. Ja, ich stelle sie wieder rüber. Jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, hat es mir früher doch besser gefallen. Ich hoffe, der Einfangen deiner Küche sieht gut aus. Ungefähr das gleiche Stück kommt da auf der anderen Seite des Gebäudes noch dazu. Also, du hast auch genügend Platz für Lagerung und weitere Gerätschaften. Ja, ein bisschen mehr Tiefe brauche ich noch. Ja, ja. Wie du siehst, ich habe angefangen und mir sind die Ressourcen ausgegangen. Jetzt, wo wir wieder floaten. You float too. Du bist gefloatet. Die höchste Strafe, floated sie. Genau. Ich hasse diese Serie. Eigentlich hast du nur Clark. Hm? Eigentlich hast du nur Clark. Ja. Eigentlich hatte ich nur Clark. Am Anfang fand ich sie recht witzig. Hedra mag ich sehr, aber der Rest ist... Mhm. Ich finde das Setting der Serie gar nicht schlecht. Ja. Keksens Lieblingscheiß ist immer noch Murphy. Wer ist Murphy? Wer war das nochmal? Ähm. Den, den sie in der ersten Staffel eigentlich aufknüpfen wollen. Der ist aber überlebt. Uh. Verdammt. Verdammt. Wenn sie diese Fässer wenigstens Holz geben würden. Also eine ausreichende Menge. Ich weiß. Diese Holzfässer, wenn sie wenigstens Holz geben würden. Ich muss eine Küche bauen für Blacky. Ich brauche Holz. Wenn ich Blacky jetzt was gebe, muss ich hier hoch. Uff. Ja, aber das Gute ist, da oben schwimmt nix mehr weg. Das heißt, wir haben nie wieder versalzenden Fisch. Ich habe da noch ein bisschen Ton rein, Blacky. Mein Fisch salzt nicht. Also endlich. Ich hoffe doch auch, dass der Fisch nicht salzt. Gäbe es Bruce nicht, könnte man schon jetzt einfach mal 24 Stunden laufen lassen. Und dann hätte man genügend Zeug für den Rest der Tage. Und würden die letzten mehr als 10 Teile mitnehmen. Und hallöchen Mika nochmal. Ein Topf, ein Hohlspiegel, Küche fertig. Ja. Mehr braucht man nicht. So wurde es jetzt quasi fast komplett mit Netzen umgeben. Ja, das ist okay. Auf die Art und Weise kriegen wir übrigens alles an dem Vorbeitreiben mit. Ausgenommen diese Insel, die da vorne gerade kommt. Kommen wir da hin? Ja, klar. Können wir sogar. Ich glaube, wir treiben so oder so gerade auf die Insel zu. Egal was wir tun. Niemand hat vor, irgendwelche gekopyrighte Musik zu spielen. Hast du gesagt, ich darf das? Ja, ja. Was? Neun Sekunden was die Tatrecht, oder? Ja, irgendwie sowas. Ich werde mal einen Anker. Ja. Gut gelandet. Komm her, du köstliches Holz. Blacky, wie sieht dein Holzvorrat aus? Äh, ich habe noch neun Bretter, wird also langsam mau. Gut. Aber jetzt noch nicht kritisch. Dann kriegst du das Holz, was ich da in der Tasche habe gleich. Weil Haus bauen ist zwar ganz schön, aber es nützt nichts, wenn wir dabei nichts zu essen haben. Habe ich mir sagen müssen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ach, Bruce. Ah, Bruce ist bei dir, dann kann ich ja mal die Hälfte schon was kann. Ich habe Angst vor mir. Ja. Fertig darum, packst du die aktuell hin? Unten immer noch? Ja. Okay. Ich denke, ich bin so einer, der seine Familie gegessen hat. Mhm. Heifisch super. Mhm. Bruce, ich habe meine Familie gegessen. Was? Ne, deine habe ich gegessen. Und dann meine. Weil deine war jetzt nicht so reichhaltig. Da brauchte ich noch bissl was. Hi Bruce. Töööööööööööö. Das ist doch was Schönes, damit den Irren Ivan machen kann. Das war jetzt nicht besonders Hag liebeig muss ich sagen. Och, ich bin noch dabei. Es gibt's viel Sand hier. Ich habe Bruce leider ein bisschen beschädigt. Ja, das passiert. Damit muss er leben. Luft, 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 Luft. Und da unten ist noch irgendwo Ressource, die wir nicht haben. Okay, ich glaube, ich werde hier sterben. Das hat mir nicht so etwas wie eine Steinkiste. Ach, die hier. Ja. Nimm die Steinkiste. Ich glaube, ich nehme die Steinkiste. Du kannst aufhören zu schlagen. Du kannst aufhören zu schlagen. Ich ruhe jetzt schnell, weil der nächste Happen könnte mich umregen. Und einen kleinen Happen zu sich nehmen. Dann gehen wir jetzt hoch zum Koch. Öffnen seine Kiste und legen ein bisschen Hölz hinein. Und Kartoffeln. Wuhu. Und nichts mehr. Und Kartoffeln. Ja, extra für dich. Frisch von der Insel. Soll ich ablegen? Äh. Nö, ja. Du bist auch dort. Ja, ich bin aber gleich wieder. So, da das mit den Netzen, der jetzt quasi erledigt ist, oder? Es sind hier noch Netze. Und eins können wir noch bauen. So, da. Gut, ich fahre dann ankein. Jupp. Ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen steuern. Und zwar nicht direkt gegen die Insel. Das lief, glaube ich, nicht sehr viel. Ich kann das Segel einfahren. Der Wind ist, glaube ich, verkehrt rum, oder? Der Wind treibt uns direkt auf die Insel zu. Ja, dann. Ich hoffe jetzt einfach mal... ...dass wir uns so ein bisschen frei ruckeln hier. ...dass wir uns so ein bisschen mehr zack. ...dass wir uns so ein bisschen verli formen. Ja, wir kommen gerade dran vorbei. Also, wieder auf zum Seeräubern. Ich meine, sauber machen. Ja, ansonsten, was noch halt tun wir, wäre das restliche Floß hier in der Mitte ein bisschen mit verstärkten Planken schöner zu machen. Na, was ist aus der Idee mit dem Ring geworden? Ja, du kannst natürlich auch anfangen, den Ring zu bauen. Wobei der Ring natürlich zu sein muss, also komplett zu, weil ansonsten kommt Bruce aus der Mitte hoch und beißt sich da ein Stück raus. Aber ich würde mal spontan behaupten, wir haben zumindest die Möglichkeit, sehr viele Sachen mit einzusammeln. Sehr, sehr viele Sachen. Wo beißt er denn schon wieder? Ah ja, ein Netz geklaut. Böser Bruce. Das macht's nicht besser, wenn du's mit vollem Mund sprichst. Böser Bruce. Bruce frisst irgendwas weg. Böser Bruce. Nicht das machen, was der Onkel Dax macht. Böser Bruce. Ah, schön. Das ist, was Batman sich dem Spiegel sagt. Böser Bruce. I am the bad. Ja, für den, also für das, sozusagen, die Außenbefestigung müsste ich ja wissen, wie breit wollen wir das Floß denn haben. Äh, mach doch, mach doch einfach mal, mach doch einfach mal ein schön, schönes Eck drumherum. Muss kein Vierex sein, aber... Die Bereitung von den Auslegern schon, okay. Ja. Ja, aber dann kann man doch nicht mehr an irgendwelche Inseln, also ich meine, das wird dann noch schwieriger zu navigieren. Wir müssen es immer breiter machen. Ja. Können wir nicht mal die Höhe bauen. Da haben wir dann auch keine Wellen und so. Ja, aber wir brauchen ja ein Fundament. Irgendwo drauf muss der Quatsch ja stehen. Also es gibt da jemanden oder zwei Leute, die... Let's playen das gerade. Ich nenne keine Namen. Einer fängt mit G an. Ach, der komische Typ, der ein kleines Lager in Minecraft gebaut hat. Der wertige alte Mann. Ich? Richtig. Gut. Und, äh, also ich finde, die Größe ist, äh, angemessen. Ja, also, ich würde jetzt auch sagen, bau einfach mal ein ganzes Stück da hinten, das... Moment. Ich laufe mal hin. Quasi hier ein ganzes Stück zurück. Also in die Richtung da vorne, wo ich gucke. Dann eine kleine Schräge und dann da hinten irgendwie so ein bisschen anschließen an das andere Eck. Wobei, äh, da können wir natürlich noch ein bisschen mehr Platz hinten haben, weil... Das ist ja schon hart auf Kante da hinten. Und dann haben wir halt so ein schönes... Achteck. Würde ich sagen. Machen wir ein schönes Achteck in ungefähr der Größe, wie es hier quer ist und dann... Dann haben wir auf jeden Fall Platz. Ich meine, wir brauchen auch einen gewissen Stil, äh, wie wir hier survivlen. Wir wollen sexy survivlen. Hier war das, statt Campen, Geländen. Irgendwo frisst er wieder aus. Hier war das, statt Campen, Geländen, 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 Geländen. mehr holz wie immer mehr holz und ich brauche metal barren und nägel alle ach du willst dann direkt außen befestigung machen ja nein wird viel zu teuer doch was wir hier sind gegen so einen scheiß barren ja dafür man hat ruhe verbrust oder nicht wirklich wieso nicht er kommt ja trotzdem braucht dann länger oder wenn das nicht mit kriegs macht alles kaputt was erstmal mit dem normalen befestigung würde ich sagen weil die können uns leisten so